Herzlich Willkommen zu StuntArt, heute aus dem Haus der Geschichte Österreich, das Geschichtsmuseum in der Neuen Burg auf dem Wiener Heldenplatz. Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine der markantesten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur und sie hat sich auch nie geschreut, wenn es darum ging, sich in geschichtspolitische Debatten dieses Landes einzumischen. Herzlich Willkommen, Marlene Strerowitz. Danke für die Einladung. Ja, Frau Strerowitz, wir sitzen hier mitten in der Ausstellung dieses neuen, immer noch neuen Haus der Geschichte. Es hat eine sehr schwierige Entstehungsgeschichte selbst gehabt, die ist auch noch immer nicht abgeschlossen. Man weiß nicht, wohin es mit diesem Haus auch weitergehen soll. Es wird begrittelt, dass zu wenig Platz da ist. Was ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Projekt Haus der Geschichte? Also zuerst fand ich das ganz toll, dass das in der Burg sein sollte und die Geschichte, die geschichtsträchtige Burg besetzt und dort einen Platz bekommt und die Deutungsmacht auch über das Haus bekommt. Das ist nicht der Fall, es ist zu klein, es ist praktisch irgendwie versteckt. Es ist sicher nicht groß genug und ich denke schon auch, und das ist ja das, wie so ein Projekt auch sich entwickelt, dass es doch einen Neubau braucht, der auch wirklich auf das zu Darstellende eingeht und dafür gebaut ist. Wir sehen hier im Hintergrund zum Beispiel das sogenannte Waldheim-Pferd. Das ist ein Kunstobjekt, das damals in der Fähre Waldheim von Protestierenden während den Demonstrationen mitgeführt wurde. Sie haben selbst die Protestkultur in Österreich der letzten Jahrzehnte mitverfolgt und auch aktiv mitgestaltet. Wie hat sich diese Protestkultur entwickelt? Wo steht sie heute? In Österreich ist es ganz schnell gelungen, die 68er und ihre Avantgarden in die Wirtschaft einzuordnen und mit großem Gewinn ihre Meinung vertreten zu können. Erst in den 80er Jahren überhaupt, und das liegt sicher an den Generationen, die dann da aufgetaucht sind, beginnt die Auseinandersetzung, die aber ist auf anderer Ebene zu sehen. 86 kam Peimann an die Burg, 86 wurde Haider FPÖ-Vorsitzender oder Obmann, wie heißt das dort? Und diese zwei Männer haben ganz ohne viele Probleme eine Cancel-Culture-Kultur aufgebaut, in der über die Kronenzeitung jeweils die Auseinandersetzung stattgefunden hat und beide gewonnen haben als ein Profil. Immer in der Ablehnung des anderen wurde die jeweilige Figur größer gemacht und das spielt dann in die Waldheim-Geschichte mit hinein, dass diese Art von Öffentlichkeit überhaupt aufgenommen wurde von Medien. Das war bis dahin gar nicht so einfach. Das heißt, man hat sich da auch gegenseitig aufgeschaukelt, aneinander polarisiert. Zuletzt gab es ja auch eine Diskussion in Wien wiederum über das Karl-Lueger-Denkmal. Auch da kommt es ja zu einer gewissen Polarisierung zwischen Rechten, die das für sich vereinnahmen wollen und Linken, der sie sich vielleicht auch zurechnen würden, die dieses Denkmal in Frage stellen. Was muss denn aus Ihrer Sicht damit passieren? Mit dem Lueger-Denkmal meinen Sie? Ich würde meinen Denkmäler insgesamt sollten befragt werden. Wir sitzen jetzt hier in einer Form von Deutungshoheit. Hier wird Geschichte so vermittelt, wie Kuratoren, Kuratorinnen das sehen. Ein Denkmal ist genauso eine unglaublich starke Stimme für diese dargestellte Person, die jede Diskussion unmöglich macht. Es ist ein starkes Zeichen und diese starken Zeichen müssen befragt werden, auch was das für uns heute heißt. Das heißt, nur besprechen oder würden Sie da jetzt auch fordern, dass man physisch was verändert an diesem Denkmal, dass man es kontextualisiert, also umarbeitet oder dass man es vielleicht in einem Museum wie das hier, in dem wir sitzen, verfrachtet. Da wäre vielleicht zu wenig Platz, aber vielleicht gibt es ja dann ein anderes. Ja, das ist immer die Frage. Das Denkmal, denke ich, gehört weg. Die Diskussion gehört her und es muss natürlich genau durchbesprochen werden, was nun Herr Lueger gemacht hat, was sein Anteil ist, wie das mit den Liberalen und ihm ist, wie er dann doch Bürgermeister werden konnte, weil die Zustimmung zu ihm, was es bedeutet, dass er als Erster in der Sprache der Bevölkerung politische Reden gehalten hat, was es bedeutet, dass er am Beginn der Massenparteien steht und die Sache erst überhaupt erfunden wird, sich gegen die Liberalen durchsetzen muss, vom Kaiser keine Bestätigung bekommt. Das kann schon alles besprochen werden, aber das brauchen wir nicht in Denkmalform vor uns gesetzt haben. Das heißt, Sie würden das Denkmal entfernen. Das ist schon eine Position, die Sie auch in anderen Fragen früher auch vertreten haben. Vor ein paar Jahren ging es um den Zigeunerbaron, Strauß Operette, wo Sie gefordert haben, dass man die eigentlich nicht mehr aufführt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die sogenannten Zigeuner in dieser Operette eigentlich sehr positiv dargestellt werden. Kann man wirklich allein der Begrifflichkeit wegen ein Werk, das eben aus der jeweiligen Zeit stammt, verbieten? Erstens einmal glauben Sie, dass die positive Behandlung im Zigeunerbaron, den Sinti und Roma irgendetwas einbringen, wenn sie auf die Straße gehen und belästigt werden, rassistisch belästigt werden. Das glaube ich nicht. Das ist eine andere Baustelle. Das hat miteinander ja gar nichts zu tun. Ich finde, dass die Operette ein solches Archiv des Rassismus, Sexismus, Antisemitismus ist, dass es selbstverständlich einmal, ich würde sagen, 20 Jahre in die Lade kommt und dann schauen wir, was übrig bleibt. Ich verstehe nicht, warum es so problematisch ist, Abschied zu nehmen von den Anteilen einer Kultur, die eben genau solche Archive darstellen. Und es geht doch immer darum, was macht so ein Denkmal? Das ist ja auch ein Denkmal, so eine Operette. Dann sitzen der ehemalige Intendant, die Politiker, Politikerinnen sitzen drinnen und freuen sich über die blöden Texte. Und wozu brauchen wir das nun wiederum? Und wenn es um die, wenn es um die Tourismusindustrie geht, da kann man es ja vielleicht was anderes ausdenken, was als Nichtgruppen herausnimmt. Und der Zigeunerbaron ist an und für sich schon darin rassistisch, dass diese Gruppen deutlich auseinandergenommen sind. Gut, jetzt würde ein Musikliebhaber entgegenhalten, dass allein der Musik wegen dieses Werke haltenswert oder auch aufführungswert wäre. Die Volksoper hat den Zigeunerbaron erst dieses Jahr wieder auf den Spielplan gesetzt und man hat sich quasi auch vorweg gleich abgesichert und möglichen Protesten oder so den Wind aus den Seelen genommen, indem man die ganze Problematik um die Begrifflichkeit mit Texten, Vorabtexten, kontextualisiert hat. Man hat dann auch offizielle Vertreter der Roma und sind die mit in die Produktion mit hineingeholt, die mit eingebunden. Ist das vielleicht der richtige Umgang damit, dass man über diese problematischen Werke auch etwas Belehrendes erzählen kann? Nein, ist es nicht. Der Inhalt ist ja damit nicht der tief angelegte und im Verborgenen arbeitende Inhalt des Rassistischen, das schon in der Absicht liegt, diese Gruppe als Gegenstand einer lustigen Fidelei zu nehmen. Das ist ja schon der Beginn. Und die Reparaturen daran werden nichts ändern. Es wird das und das ist genau das, was mit Rechtsradikalität ja oder mit Nationalsozialismus genauso passiert ist. Nie gibt es eine klare Grenze, nie gibt es eine Kulturrevolution, die sagt, das geht jetzt wirklich nicht. Wir wollen es ganz anders und wir bemühen uns darum nun eine andere Kultur aufzubauen und nicht diese, das ist jetzt nun das alte Museum immer hereinzunehmen und damit das alte auch immer weiter zu behalten, weil damit wird einfach erhalten, dass jederzeit die alten Phrasen wieder aufbrechen können. Sie haben vorhin schon selbst den Begriff Cancel Culture verwendet, das ist ein in unserem Breitengrad neuer Begriff, der aus den USA im letzten halben Jahr popularisiert wurde. Es gibt in den USA doch eine ziemlich starke Debatte um diese Cancel Culture. Das heißt, das Verhindern von Veranstaltungen, die möglicherweise diskriminierend sein könnten oder auch das Verhindern von Werken in ihrer Entstehung, die diskriminierend sein könnten. Es gab da zuletzt auch einen offenen Brief von 150 Autorinnen, Autoren, darunter Daniel Kehlmann, Margaret Atwood zum Beispiel, die sich gegen diese überbordende Cancel Culture gewendet haben. Wie stehen Sie dazu? Sie leben ja auch teilweise in New York, bekommen das auch vor Ort mit. Sind die alle am falschen Dampfer, würden Sie sagen, oder ist schon auch etwas richtig dabei? Nein, das ist eine Verhärtung und eine Brutalisierung des Umgangs. Wir haben das aber hier genauso. Identitäre stören Theateraufführungen. Das gibt es bei uns genauso. Es ist noch nicht so selbstverständlich ein Mittel. Ich glaube aber, dass dazu nur ganz wenige Schritte notwendig sind. Jetzt haben diese 150 Unterzeichner dieses Briefes aber nicht nur die Diskursverengung oder Cancel Culture von rechts begrittelt, sondern auch von linker Seite. Sehen Sie die auch? Sehen Sie diese Gefahr? Also die sehe ich bei uns jetzt gar nicht diese Gefahr. In den USA? In den USA, da gibt es ein anderes Spektrum, ja. Aber die kommen jetzt seltener mit der Waffe, das würde ich jetzt schon mal unterscheiden. Und die Auseinandersetzung, die auf den Hochschulen stattfindet, ist eine neue Ausverhandlung verschiedener Gewaltmonopole und ich kann dem nur zuschauen. Ich glaube nicht, dass wir dem ausgesetzt sind. Das ist ja Kultur, also das ist jetzt nichts, was mich direkt betrifft. Ich würde, glaube ich, nicht verhindert werden. Oder, also es interessiert, glaube ich, niemanden, wenn ich dort eine Lesung halte. Das sind schon immer ganz andere ideologische Zuspitzungen, die auch oft nur aus dem Lokalen verständlich sind. Und diese Auseinandersetzungen werden geführt. Im Übrigen, ich gehe nochmal zurück, Haider und Peimann waren Cancel-Culture. Die haben, nur bei uns hat dem Peimann sich selbst den Misthaufen vor die Tür geschüttet, um seine PR machen zu können. Und es geht immer darum. Und so gesehen ist es schon richtig, ein Misstrauen dieser Art von Vorgangsweise entgegenzubringen, von welcher Seite auch immer das stimmt. Wenn Sie jetzt am Lueger-Denkmal auftreten und hier für eine Wegschaffung dieses Denkmals sich einsetzen, dann provozieren Sie ja aber auch selbst auch mit diesem Gegenprotest von der Rechtsordnung. Ja, aber das ist doch süß. Was glauben Sie denn? Ich sage das und ich sage Ihnen auch, ich finde, das muss nicht aufgeführt werden. Das ist eine Stimme. Die habe ich und die verwende ich. Das heißt ja jetzt nicht, dass etwas passiert. Und das ist so ein magisches Denken, das finde ich ganz besonders entzückend, dass das nun solche Aggressionen auswählen. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum es so schwierig ist. Ich bin ganz sicher, dass es richtig ist, sich und ich habe mich wirklich beschäftigt damit, Theater, Drama, Operette. Ich bin an der Operette sozialisiert. Ich kenne mich aus. Ich kann die Texte sogar. Dass ich dann sage, dass ich habe da eine Expertise, aus der heraus sage ich, das geht nicht. Dass es niemand sich daran hält, ist eine andere Geschichte. Aber warum die Aggressionen, wenn eine Person das sagt? Es ist, als würde ich es schon weggenommen haben. Und ich glaube, der Weg ist der, die Aggression entsteht, um die Argumente so wegschieben zu können, emotional, dass man sich überhaupt nicht mehr, und ich sage ja absichtlich, man überhaupt nicht mehr darum kümmern muss. Und das ist aber auch Canceln. Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu dem, was Sie zuletzt geschrieben haben, nämlich ein Covid-19-Fortsetzungsroman, der auch in Zusammenarbeit mit dem Standard erschienen ist. Bei der Pandemiebekämpfung haben Sie ja der türkis-grünen Bundesregierung auch Angstmache vorgeworfen. Generell, gehen Ihnen die gesetzten Maßnahmen zu weit? Also ich kann dazu nichts sagen. Ich meine auch, dass in einem, ich hoffe in einem halben Jahr, oder in einem halben Jahr, dass wir sehen können, was war das jetzt? Was war richtig, was war falsch? Ich muss jetzt nicht eine Revolution vom Zaun brechen, weil ich keine Maske aufsetzen will, sondern ich kann das sozial alles lösen. Und ich finde, dass wir ja auch einen kurzen Augenblick hatten, in dem wir sehr, sehr solidarisch in den ersten Wochen des Lockdowns sehr solidarisch in unseren Wohnungen gesessen sind und wussten, alle anderen sitzen genauso in ihren Wohnungen und wir passen in gewisser Weise aufeinander auf. Das war auch ein schöner Augenblick. Dass der dann darauf beruht, dass uns diese Regierung uns foppt und nicht ernst nimmt und uns mit Angst in diese Wohnungen getrieben hat, dass es enttäuschend, dass ein Vertrauensbruch passiert, der nicht zu flicken ist, das würde ich der Regierung vorwerfen. Ich werfe auch vor, dass die Frage der Fachbeurteilung, ich hätte lieber immer jemanden, eine Fachperson dargesehen als den Kanzler, die aus seinem Wissen über die ganze Sache, inhaltlich und formal über eine Frage von einer Epidemie urteilen kann und nicht jemanden, der mir das vermittelt. Das allerdings ist unsere katholische Kultur, in der immer Exegese stattfindet. Das heißt, der Kanzler geht zu jemandem und lässt sich eine Art Bibelstelle vorlesen und dann legt er sie aus und erzählt sie uns. Und das sollten wir überwunden haben. Aber das würde ja jetzt in all etwas, was wir besprochen haben, hineingehen, dass es immer notwendig ist, zu den Quellen zu gehen. Und auch bei Loega geht es darum, zu den Quellen zu gehen, zu schauen, was war das wirklich, welche Folgen hatte das und wollen wir so etwas stehen haben. Und das könnte eine breite, wunderbare Diskussion sein, die am Ende dazu führen würde, sich zu der Sache anders zu verhalten. Wir sind zurück bei der Ausgangsfrage, wo wir gestartet sind. Und das war auch Standard für heute. Ich darf mich bedanken fürs Zusehen und recht herzlichen Dank Marlene Strerowitz und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ich danke auch.